Man weiß natürlich nie, was so hinter der nächsten Kurve auf einen wartet. Das ist ja nun ein wirklich erhabener Moment, mit voller Power den Brenner hinaufzufahren. Es ist extrem spannend, hier auf Erprobung unterwegs zu sein, in diesem anspruchsvollen Gelände mit unserem Gen H2 Truck. Es macht auf jeden Fall super Spaß. Vielen Dank.